So liebe Freunde, willkommen zurück hier bei der Pate. Der zweite Teil vom Gebäude der, wie heißen die? Babalias, Babilias, Bobolios oder wie immer die heißen da? Die komischen Arschlöcher da. Ich gehe mir auf den Sack. Die sind ja fast schon schlimmer wie die Tatalias. Und auf jeden Fall werden wir jetzt versuchen, das nächste Gebäudeteil für uns zu behaupten. Wird bestimmt nicht einfach. Die werden das wieder gnadenlos an sich reißen. Also das Problem ist, man muss auch ziemlich schnell aus dem Gebäude rauskommen. Beziehungsweise gnadenlos verteidigen werden sie es. Man muss ziemlich schnell aus dem Gebäude rauskommen, weil sonst fliegt einem das Gebäude um die Ohren. Und das ist, glaube ich, nicht so gesund für uns. So. Aber wir testen es. Wir kriegen das schon hin. Dann müssen wir nur noch zwei Familien ausrotten. Oh mein Gott. Das ist Hardcore. Das ist echt Hardcore. So. Also, wenn euch das Spiel gefällt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link noch. Da könnt ihr das bestellen. Da habe ich direkt den Bestell-Link. Jetzt auch noch einen zweiten Teil. Von einem grandiosen Spiel. Was sich als ziemlich schwierig erweist. Es ist zwar einfach gemacht. Die Städte sind ziemlich klein gehalten. Wobei man, ja, eigentlich rattet man auch ein paar Kilometer zusammen, bis man seinem Ziel ankommt. Muss ich jetzt mal so gestehen. So. Hier machen wir die gleiche Masche wie vorhin. Nur dieses Mal lasse ich mich nicht einfach abknallen hier. Sondern ich werde versuchen. Vielleicht mit der Plus-Taste kommen wir nicht irgendwie. Ne, also hinter dem Zeitungsständer brauche ich mich nicht verstecken, wa? Bringt wahrscheinlich eh nicht viel. Komm ich an den Typ irgendwie ran? Ne. Komm ich nicht. Vor allem nicht mit einer Schrotflinte. Ey, das geht ja mal gar nicht. Aber wir haben ja gar keine Munition mehr. Oh shit. Okay, kann sein, dass wir das vielleicht nicht überleben. Dann werde ich ihn kurz überfahren. Den muss ich nicht wieder. Dass hier mal einer aus dem Weg ist. Okay, der ist fertig. Ah, das sieht ja halt gerade jetzt in den Weg stellen. Das sieht nicht mehr ganz dicht. Komm, ganz durch. Ah, fuck. So. Schauen wir hier aus. Und. Dann werde ich mich mal kurz hier. An die Wand begeben. Komm. Na komm. Will er nicht? Okay, der hat Schiss. Guck mal, der hat schon Angst vor uns. Da war wir schon im letzten Gefecht schon dabei. Gegen uns. Gebranntes Kind, sag ich immer, ne? Der war schon mit dem Leben uns lieber nicht an hier. Da gehen wir alle drauf. Oh, wir steigen bald wieder ein Level. So, ein bisschen Dynamit. Für meine Freunde da hinten. Können sie doch vertragen, oder? So, ich glaube, da hinten ist erst mal ein bisschen aufgeräumt. So, das ist gut. Dann weg. Okay. Nachladen. Aha. Jetzt sind wir dabei richtig guter Gesinnung hier. So, erst mal hier ein bisschen Chaos veranstalten. Das erste Freude ist, wie gesagt, schon für uns. Das haben wir schon platt gemacht hier. Oh, 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 oh. So, okay. Wir sind gestiegen. Wir hätten jetzt noch volle Munition kriegen sollen, wa? Das wäre auch nicht schlecht. So, der andere, der hängt jetzt da hinten fest. Das ist schon mal gut. Hier können keine rauskommen. Doch, können. Sie kommen aus dem Nichts. In unsere Welt. War der jetzt hinter dem Auge oder ist der hergebeamt? Okay, noch mal ein bisschen. Ah, shit. So, Schrotzwindel haben wir noch. Scheiße. Okay. Ich glaube nicht, dass wir das überleben werden. Oh, shit. So, du Bixer, komm. Komm hoch. Ah, Mann. Oh. Oh, no. 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 Das darf nicht wahr sein, ey. Ach, nee. Nee, brauche ich nicht. Ja, doch. Ich brauche Hilfe. Ich brauche nochmal eine ganze Armee. Scheiße. Was wollen Sie denn machen? Mich aufhalten? Ah, komm. Das darf doch nicht wahr sein. So, wir sind auf jeden Fall mal an den Stufe gestiegen. Und jetzt müssen wir erstmal in unsere Wohnung gehen und wieder ein bisschen. Munition holen. Fähigkeiten und Waffen. Schießen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach oben gehen. Hier eure Zielpräzision. Upgrade 3 bis 50 Prozent verbessern. So. Hey, das haben wir doch wohl noch hinbekommen, oder? So, das war mein Apartment. Hoffentlich komme ich nicht zu spät zur Arbeit. Ich finde es interessant, dass der Aufzug nur nach oben geht. Und nicht mehr nach unten lag. Jetzt ist er verschlossen für mich. Das darf ja nicht wahr sein. Oh, wieder alles voll mit Waffen. Die kommen wenigstens wieder. So, alles einsammeln. Okay, dann können wir uns wenigstens gegen die Wehren, ne? So, versuchen wir es nochmal. Wie gehen wir dieses Mal vor? Ich bräuchte ein... Ein Panzer wäre kein Scheiß. Ein Panzer wäre richtig gut. Wenn wir ein Panzer hätten, dann... Könnten wir kurz hier... ... kurz einen Prozess machen. Dann würde ich kurz die Gebäude zusammenbomben. Ohne Probleme, ne? So. Okay. Ah, mit dem Autosimulation schnell drüben. Ich habe ja keine Bedenken, dass wir jetzt hier irgendwie... ...irgendwie das jetzt nicht schaffen. Ah, ich kriege dich keine Angst. Diesmal meistens so, du Arsch, du blödes. So. Okay. Komm, drück dich durch. Auto. So. Ah, diese Front hier, das ist doch unglaublich. Oh. Los, raus. Weg. Autsch. Monotov-Cocktail. Auch gut. So. Wann... Brennen! Hat er einen erwischt? So. So. Ich glaube, jetzt brennen ein paar. Oh. Ups. So. Und nochmal. So, hat es die Wichse jetzt erwischt. Ja, ich glaube, hier ist keiner mehr übrig. Gut. Okay. Und Munition haben wir auch gespart. So, alles kurz durchladen. Ich, dass wir nachher in Nöten kommen. Ja, okay. Passt. So, jetzt machen wir kurz einen Prozess mit denen. Das ist immer noch, bis wir mal drinnen sind, ne? Schön auf Abstand bleiben. Die sind eh zu doof. Ich bin so weit schießen. Und ich auch, so wie es aussieht. Aha, die Nuckeln wieder am Schnaps. Ich sehe es schon. So. Komm auf. So. Hopp. Wo kommt denn der her? Ich sag doch, die beamen sich hier einfach hin. So. So, hier ist keiner mehr. Aber dort sind es zwei. Drei. So. Es waren mindestens drei Schüsse ins Herz. Minimum. Wo ist er? So. Okay. Nächste. Wo ist er? Okay. Da ist noch einer hinter der Mauer, ne? Genau. So, der hat einen Headshot gekriegt. Eindeutig. Er hat einen wirklich guten Headshot. Dort aus dem Haus dürften eigentlich keine rauskommen. So. Wo ist noch einer? Da hinten. Ah. Da sind noch mehr. Scheiße. Scheiße. Ah. Der trifft so nicht, ey. Alter. Das darf nicht wahr sein. Jetzt hat der mich schon wieder... So, ich will die harten Waffen gerne aufheben für drinnen. Wo ich weniger Spielraum hab. Komm in den Kopf. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, der Wichser. Der regeneriert sich doch. So, jetzt aber nicht mehr. Haben wir alle? Da ist Alkohol. Sehe ich gerade. Ich hoffe, der bleibt liegen. Oh, nein. Ich glaube, da ist noch mal einer. Da kommen bestimmt wieder welche rausgerannt gleich. Aha. Da hinten kommt schon einer. So. Ja, Patroulier rück da rum. So, das darf ich dich. So. Okay. Kurzen Alkohol einsammeln wir gleich weg hier. Von der Tür. Bevor sie wieder aufgeht und... ...wieder zu viele rausgestürmt kommen und wir es dann nicht schaffen. ...wieder zu kommen. Komm, Sesam, öffne dich. Komm. Die sammeln wir kurz noch das Zeug hier ein. Also vorne dürfte ja keiner rauskommen. Da ist er eh vorbei. Was liegt da noch? Da sind auch noch Waffen. Okay, das ist alles voll. Hm. Sesam, öffne dich. Oh. Sollen wir kurz warten, bis sie... ...von allein kommen, oder? Oh. Laden, komm. Oh, da kommt schon der nächste. Ah. Verdammter Bastard. Komm. Der Drecksack, der kommt nicht. Der will nicht. Ey, was ist denn das für ein Hund? Aha. Jetzt kommt er. Okay. Jetzt ab. So. Wo ist dein Bruder? Da ist bestimmt noch einer übrig. Okay, hier ist keiner. Hier ist auch niemand. Aber hier kommt schon einer. Mama. Scheiße. Ich weiß nicht, ob da welche von oben kommen. Aha. Ich bring dich um. So. Hab ich dich. Drecksack. Da ist aber bestimmt noch mal einer. Ich bring dich um. Ja, das war klar. So, gibt es irgendwo was zu saufen? Ja. Okay. Waffen einsammeln. Wir wollen ja nicht ohne Waffen wieder raus. Und ich würde sagen, das Gebäude gehört dann eh uns. So, und raus hier. Weg, 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 weg. Raus. Anwesend zerstört. Auf das habe ich gewartet. Respekt. Plus 250.000. Sie kontrollieren jetzt mit. Tau. Okay. Perfekt. Gut. Komm, platt nach. Das hat richtig gut. Respekt und alles gegeben jetzt. Komm. Zeig dich, du Wurst. So, hab ich dich. Komm hoch. So muss es laufen. So soll es normalerweise immer sein. Scheiße, hier komme ich nicht ran. So, da ist nochmal einer. Komm. Komm. Ey, sag mal, wieso hast du denn so weit im Angesetzten, Trottel? Der wurde sich gerade noch nicht geschleicht. Hab's genau gesehen. Der Dreckhund. Wow. Gut rausgekommen. Und wieder eine Stufe gestiegen. So, wir machen Schießen wieder. Höhere Entwaffnen-Chance. Upgrade 3 plus 75%. Perfekt. Und jetzt muss ich hier erstmal fliehen. Gucken, dass ich wieder wegkomme. Aber alles einsammeln mach. Die Pole. Boah, das hat richtig gut Respekt gegeben. Die sind fast zwei Stufen gestiegen. So, und raus hier. So, eigentlich müsste ich ja jetzt... zur nächsten Familie... Oh. Die Bullen mögen mich gerade nicht. Ach, du Scheiße. Was muss ich jetzt tun, dass ich die losbekomme? Das ist mal eine gute Frage, ne? Ich würde nicht... Ah, muss, ey. Komm, ich gehe in die Kirche und bete. Ave Marias. Ich will jetzt nicht sterben. Das drück doch da hin. Kann ich da nicht kenne. Super. Ja, bitte. Einmal nehmen. So. Und wie kriege ich die jetzt los? Ich glaube, man muss sterben nach so einer Aktion. Hier gibt es nur Häuschen zu kaufen. Wird ich auch machen. Vielleicht habe ich ja da drin meine Ruhe. Wieso schießen die alle auf mich? Jo. Ich möchte haben. So, dann würde ich sagen... Egal, was für ein Krieg jetzt da draußen herrscht. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ich werde jetzt erst mal... Sag mal, schießen die von da draußen rein? Ich glaube schon. So, wir sind schon wieder gestiegen. Auch nicht schlecht. Und auf einmal ist es ruhig hier. Okay, es sind nur noch zwei Sterne, die wir haben. Und darum sage ich... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann machen wir es richtig. Ah.